In meinen Träumen bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich... Guten Morgen ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Vlog? Ja, ähm... Ich hab euch ja im letzten Video gesagt, unser Besuch ist gestern erst um... ...zwei Uhr nachts nach Hause gefahren. Also wir hatten schon über halb zwei, Bastian, über den Bus. Und ja, dementsprechend sind wir natürlich kaputt. Die Arten, die mussten auch, wenn wir aufstehen, zur Arbeit. Aber dafür hatten wir einen schönen Abend. Unser Steuerberater war ja auch da. Wir müssen aber noch mal ins Büro. Ja. Ja, ich warte jetzt auf meine Freundin, die kommt auf. Und dann fahren wir kurz zur Action und zu Frühstücken. Danke. Und ja. Oh Mann. Ich bin so müde, Leute. Ich bin so müde. Ich meinte schon zu Lena, wenn wir gleich nach Hause kommen, Lena, dann machen wir alle Mittagsschrauben. Und dann machen wir alle Mittagsschrauben. Ne, Dinosch? Oh, das ist auch schon weg, der Arme. Der muss ja auch natürlich früh aufstehen. So. Danke schön. Mal schauen, was wir heute bei Action so finden. Komm, ich finde es zu schade. So, wir waren jetzt bei Action, haben ein paar Sachen gekauft. Und wir fahren jetzt frühstücken und danach fahren wir zu uns, ne? Ja. Und um vier Uhr muss Amira abgeholt werden. So, wir sind wieder zu Hause. Ich zeige euch mal kurz, was wir gekauft haben. Und zwar einmal diese Handbärmer. Wie macht man das eigentlich an? Äh, die sind einzeln verpackt. Und wenn du die auch schneidest, wenn die in die Luft kommen, wenn die direkt heiß bleiben. Echt? Und die halten acht Stunden. Also vier Stück für ein Euro, ne? Ja. Und da habe ich für meine Schwiegereltern diese Peerenbox geholt. Aber da muss auch der mit einem Edding die Dings schreiben, ne? Da sind auch Dings drin im Sticker. Echt? Ich wollte das nämlich auch eigentlich kaufen, aber ich war nicht sicher. Krass, ich dachte, da muss man selbst drauf schreiben. Also für 1,45 ist das nichts. Aber auf Kurdisch ist da nichts drin. Ja, ist stimmt. Krass. Ah, krass. Aber normal, ne? Echt? Mhm. Morning. Also Englisch gibt es. Nein, schreibt da auf Kohlisch drauf. Ja. Das sieht dann so aus. Aufmachen. Das habe ich zweimal mitgenommen. Dann zweimal diese Fake-Koffer, also. Die kosten auch nur 90 Cent. Dann für Lina Überraschungseier für 99 Cent. Die werde ich natürlich jetzt verstecken, das gibt es nicht alles. Dann, ähm, Tender. Das macht Oda total. Dann für Oda diese Fokus, ähm, Sterne. Was denn? Nein, nix okay. Okay. Dann für Lina Pflaster. Sie braucht nämlich Pflaster. Du wolltest eins haben, ne? Mhm. So viel. Damit ich gucke. Damit ich gucke. Hellwachen. Vier. Die haben auch nur 69 Cent gekostet, glaube ich. Aber mir hat auch so eine Phase gerade, ne? Ja. Wenn die sich angeblich wehtun, wollen die Pflaster. Ich wollte morgen, dass sie aufgewachen worden ist. Es? Ja, Lina auch. Mein Fingertuch. Dann, ähm, gab's was Neues von Marsha und den Bären. Und zwar einmal das. Ja, ich mach dir das auch. Ich mach dir das auch, okay? Mama. Das kannst du schon mal nehmen? Boah, das ist aber ein großer Boot. Mhm. Klasse. Hier sind auch Sticker drin, ne? Das kannst du nicht, dass du es wegschmeißt. Das kannst du aufklären. Ja. Und dann. Das kannst du dir zusammengeschmissen auf. Ich hab' den Bissauer weg, ne? Ich hab' nämlich beim ersten Mal alle Sticker weggeschmissen, ich dachte das ist schon draufgedruckt. Ja? Warte. Ich geb' dir direkt den Karton mit. So, schön. Und wir bauen. So. So. Dann zweimal von Milka Mellow Cakes. Das mit Marshmallow, glaub ich. Nein, nein. Dann hab' ich für meine... Das darf ich jetzt nicht sagen. Dann hab' ich einmal Zahnbürsten gekauft. Für meinen Besuch. Und was noch? Dann waren wir bei Rollboard. Da hab' ich für die, ähm... Wie geht das, oder ne? Für unseren Ordner Trennstreifen gekauft. Zweimal. Brauch ich nämlich. Dann glaub's da diese Einkaufslisten. Da hab' ich zwei Stück mitgenommen. Und auch für den Ordner, äh, diese Haftzweck-Klebehafte Notizen. Und was ich euch empfehlen kann, das hab' ich bei Susan gesehen. Wenn ihr Muffins macht, dann nehmt diese, ähm, Papp... Wie nennt man das? Cupcakebecher. Kuchenform. Aber das ist halt so ein dickerer, ähm, Pappkarton. Da sind 25 Stück drin. Und dann braucht ihr auch nicht diese, ähm, Muffinform für. Das war's auch mehr, ein wenig gut, ne? Das ist ja schon viel. So. Leute, diese Einkaufslisten von, ähm, Wollwort sind richtig cool. Hier kannst du zum Beispiel schreiben, eine Packung Eier, 500 Gramm Tomaten, 6 Möhren und danach machst du hier ein Häkchen, wenn du die Sachen gekauft hast. Also ich finde die cool. Nur die sind halt nicht so stabil wie jetzt die, ne? Also es hält zwar, das hat jetzt zwei Magnete. Oben und unten. Aber ich finde das nicht so stabil. Aber, ich hab jetzt wenigstens ne Alternative. Vorher hatte ich das nicht. Lena hat übrigens ihre Spielzeuge aufgeräumt. Und darf jetzt ein bisschen Nüsse essen und trinkt ihre Fanta Exotique. Lena, warte jetzt ein bisschen annehmen. Lila schlägt. Madame, ich muss mal schauen, ob ich, ähm, nicht ne größere Legokiste kaufe. Da ist jetzt wirklich nur Lego drin. Ihr wisst ja, Lena liebt Lego. Und ich kann diese Legos von Action nur empfehlen. Die von Big, die heißen Big Blocks. Das ist jetzt von Marsha und dem Bären. Ich hab ja jetzt fast alles durchgekauft da. Alles was es gab, hab ich einmal gekauft. Und ich hab Susann auch heute eingesteckt. Und, äh, sie war auch total der Meinung, dass das super ist. Also ich kann das wirklich nur empfehlen. Da kostet eins, glaub ich, 4 Euro. Und online kostet dasselbe 10 bis 15 Euro. Also bei denen. Und stellt euch vor, wenn das bei denen so viel kostet, wie viel das Original kosten würde. Von Lego Duplo. Und eine Zuschauerin hat mir diese Tücher hier zukommen lassen. Ich weiß, die kennt mittlerweile jeder. Ich bin mal gespannt, wie die sind. Ich hab das noch nie ausprobiert. Und ich werd auch ehrlich meine, wirklich meine ehrliche Meinung sagen. Wenn die gut sind, sind die gut. Wenn die scheiße sind, sind die scheiße. Sie meinte auch zu mir. Also ich hab ihr nicht geschrieben. Ich werd das gut reden oder so. Ich hab gesagt, ich bin gespannt. Ich werd auch meine ehrliche Meinung zu sagen. Also ich bin ehrlich zu euch. Wenn die wie gesagt gut sind, dann sind die gut. Wenn nicht, dann sag ich euch das auch. Bei uns gibt's übrigens heute Hähnchenbrust mit Brokkoli, Sahnesauce und Reis. Das haben wir lange nicht mehr gegessen. Dieses Mal wirklich haben wir das lange nicht gegessen. Und morgen kriegen wir Besuch von Yusuf und Susan. Die kommen mit Amira. Wir wollten, also der wollte morgen Shifter machen für die. Und ja, dafür müssen wir morgen einkaufen gehen. Mal schauen. Ich muss noch eine Einkaufsliste machen. Und jetzt koche ich aber erstmal. Weil Dina hat bestimmt auch Hunger. Wir haben zwar um 12, 13 Uhr gefrühstückt. Ich hab ja doch einen Snack gegessen. Aber jetzt hat sie bestimmt kranker Hunger. Und das hat mir gemacht. Ich bin eigentlich in mir geblieben. Wir müssen noch jeden Tag vornehmen. Wir nehmen uns die dringendenhunde. Die Frau in der Nacht. Und dann gehen wir zum Nahrung. Wir nehmen uns auf Ahnung. ihr leben ich konnte leider nicht aufnehmen hier ist voll im schub und ich trage es jetzt ich habe sie eben in der babytrager getragen da wollte sie aber nicht bleiben deswegen habe ich jetzt auf den schuss genommen habe ihr pop aufgemacht also und nur aufgeknüpft damit sie ein bisschen frische luft bekommt ne mein schätzi ich weiß nicht ob sie bauchschmerzen hat ob das ist obwohl bauchschmerzen denke ich nicht aber das ist übrigens das essen so sieht das jetzt aus und hier ist mein reis und augen müsste eigentlich so eine schule da sein so wie wir gerade einkaufen wir haben auf jeden fall fünf kilo reis gekauft und hat oder schon verpackt sein kräuterkork ich wollte morgen kumpir machen in diesem süßigkeiten outlet dann hat die packung ein euro gepostet von den schokokeksen deswegen haben wir die mal mitgenommen auf den türken die sind schön groß und wenn die dann also der ist jetzt nicht optimal da müsste man jetzt noch ein nehmen und dann mit rein tun damit das also groß genug ist dann haben wir zweimal in saft mitgenommen für kumpel ein paar benutzen und den rest in gefriert haben wir drei packungen erdlern geholt für 1,20 tomaten das kilo drei euro zweimal arabisches rot und bei einzelfamilien gab es 50 prozent da habe ich für die einmal diese socken geholt für einen euro zwei stück richtig süß das jetzt 62 78 denn diese haussocken hält die füße auch an kalten tagen schön schön aus für 75 und diese füßlinge größe m keine ahnung welche größte so wir sind jetzt hier am kochen wir kriegen gleich besuch und auch der macht wieder mal so ein schiff weißt du dich schon dass sie das probieren werden ein kilo schifte plus zwei kartoffeln zwiebeln und blablabla das sind locker zwei kilo der chefkoch ist wieder da ich bin so stolz auf meine sachen letztens hat irgendjemand geschrieben dass bei schifte auch tomaten und so reinkommen natürlich nicht leute nein leute nur das was man im video sieht wenn ihr das genauso aber wir machen das so ihr könnt auch anders machen aber so wie wir das machen schmeckt es einfach perfekt ich habe mir auch gesagt dass ich mir das also für 100 gramm 100 gramm hackfleisch scheiße petersilie habe ich vergessen ich denke mir die ganze zeit ich habe irgendwas vergessen so eben unser besuch ist jetzt weg also sie sind jetzt seit einer halben stunde oder einer stunde weg lena schläft jetzt auch und schaut mal was sich geholt hat ich habe euch ja gesagt auch der will aufhören mit der Zigarette der hat auch aufgehört aber wann hast du wieder angefangen im krankenhaus ne schoss im krankenhaus hat er wieder angefangen deswegen haben wir jetzt gesagt du musst das jetzt schreckt durchziehen wenn du später keine probleme haben willst der hat sich jetzt heute diese eShisha gekauft jetzt genau in camouflage und das sieht so aus ist von der marke kultura hunderte watt der hat jetzt insgesamt 135 euro bezahlt aber ich hoffe der hat jetzt auf mit den zigaretten und macht nur noch hier mit hier diese sachen weil auf dauer ist das natürlich sehr sehr ungesund ne echt zigaretten wir wollen das jetzt mal nehmen und schmeckt karamellisch er hat irgendwas mit karamell geholt der meinte schmeckt super mit kaffee woran der denkt naja das kann jetzt rauchen ich spielte jetzt wieder pappschi und ich habe gerade die wäsche aufgehangen muss die küche eigentlich aufräumen aber ich habe aber keinen bock machen wir morgen so ihr lieben heute ist wieder der nächste tag ich seh mal kaputt aus ich habe gerade die küche aufgeräumt und es gab wirklich sehr viel zum sauber machen lena ist gerade am lego bauen sie ist mit aufgestanden ich konnte nicht schon länger schlafen alles aber jetzt auch auf dem weg der ist jetzt weg und ich fahre gleich mit der bahn das erste mal mit den kindern alleine zu meiner mama also was heißt alleine mein bruder kommt uns abholen sagen weil er ist jetzt hier in der nähe der meinte wir fahren zusammen zu mama und dann am abend kommen wir dann wieder nach hause also da schlafen ist nicht mehr weil mit zwei kindern ist das viel zu stressig auch für meine mutter sie hat uns gerufen weil sie nachmarschuhe macht und dann haben wir gesagt okay dann kommen wir vorbei und nehmen auch ein bisschen mit später ja der wird sich freuen ja ich mache jetzt eine einkaufsliste weil ich eigentlich auch einkaufen muss und dann mal schauen was wir alles brauchen ja aber jetzt gibt es erstmal latte macchiato so und da ist eine andere neue ml vor euch ich habe jetzt lena angezogen lia liegt noch in ihrer schaukel lia muss nur noch eine hose anziehen sie hat nur eine schrumpfhose an ja so kannst du nicht raus schatz draußen liegt schnee und lia muss ich auch komplett umziehen mal schauen wie ich das was ich sie anziehen auf jeden fall muss sie auch eine strumpfhose tragen und ihre neuen sechchen die ich hier gestern gekauft habe ich habe dm kupons bekommen ja ich muss heute auf jeden fall meine augen zupfen lassen die sehen katastrophal aus ey ich habe das gefühl die wachsen schon so nach unten mal schauen ich werde heute auf jeden fall bei meiner mama da ist ein friseur wenn dann dahin gehen da wo ich meine haare schneide ich habe übrigens jetzt auch meine haare geglättet und leute meine haut ist nach der op wollte ich sagen nach der geburt so scheiße ich merke das also ich habe ich kriege wieder schuppen ich hatte so schöne haare in der schwangerschaft ich hasse das aber sonst passt jetzt noch auch auf meine kilos klarkaufen jedes mal schokolade und süßigkeiten und sonst was aber es ist jetzt auch nicht so dass wir uns nur damit vollstopfen ihr wisst dass wir jeden tag frisch kochen und so deswegen geht das auch vor allem haben wir jetzt in letzter zeit sehr oft besuch von freunden was uns sehr freut weil früher ist auch der öfters mit den freunden rausgegangen und mittlerweile geht er gar nicht mehr raus sondern ist nur noch zu hause spielt pubg was mir auch lieber ist somit gibt er dann auch nicht 20 30 euro aus weil stellt ihr euch vor wenn euer man jedes mal rausgeht und in eine shisha war eine shisha kostet minimum überall acht bis zehn euro dann noch ein getränk bist bei 15 euro und wenn du dann noch ein getränk bestellst bist du schon bei fast 20 euro und trinkgeld muss man auch immer geben weil wir selber in der branche gearbeitet haben weil wir gekellnert haben wir geben immer trinkgeld außer die bedienung ist wirklich scheiße da habe ich auch kein mitleid da gebe ich kein trinkgeld vor allem wir waren mal im nirvana import das ist ein türkisches restaurant und der typ ist nur kurz gekommen hat bestellung aufgenommen und danach hatten wir nie wieder gesehen der hat es ist auch keine an den tisch gekommen hat gefragt ist alles ok und so wir mussten alle zehn minuten fragen klar alle zehn minuten nervt die gäste natürlich auch aber man sollte wenigstens einmal fragen ob alles okay ist ob wir noch was brauchen wir müssen wirklich jetzt mal jemanden rufen wenn wir tee wollten oder für den einen getränk oder so und dann wenn man die rechnung möchte kommen die und sagen die kleine ist aber total süß und blablabla ne jetzt ist es auch vorbei jetzt brauchst du ja gar nichts schönreden ich finde es sehr wichtig vor allem in der gastronomie finde ich das total wichtig dass man wenigstens alle 20 minuten mal hingeht und fragt ob alles ok ist ob man etwas braucht dass man auf die wünsche von den gästen eingeht ich finde das sehr wichtig dass man die leeren teller oder die gläser wegnimmt und ist ja ich meine ich finde das sehr sehr wichtig wichtig wie bin ich jetzt auf das thema gekommen naja ist ja auch egal auf jeden fall fahren wir gleich los wir warten nur noch auf furkan und dann willst du älter schauen ich versuch zu kacken die hat seit zwei drei tagen nicht gekackt wann hat sie das deswegen auch eingefallen die arme ja so ich zeige euch kurz den einkauf und danach beende ich auch den vlog einmal blumenkohl blumenkohl blau der kaffee dann einmal kürze und schnitt 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 und einmal eier kofis Rasteln, Joghurt, Mamelade, Raffeln, Ingwer, Frischkäse, Jolina, Kakao, 2 mal Öl, Möhren, 1 mal ein Schaumbad, hier beim Angebot, dann eine Gurke, 2 mal Paradiso Creme, dann 2 mal Apfelsaft, Handseife, 3 mal Milch, Multivitaminsaft, Cola, nochmal Multivitaminsaft, dann 2 mal Spülung, die riecht ganz gut, noch mehr Joghurt, im Moment, wo sieht die andere aus, nochmal Milch, Schatz, du hast das jetzt voll dunkel gemacht, ja? Achso. Ja, wir. Ich finde, das ist nicht mehr viel. Joghurt für den Blumenkohl. Hier hat meine Mutter ein Stück Spitzer gemacht. Dann hat sie mir auch die Klamotten von Nina und Lea mitgegeben, die zu klein sind. Und 10 mal Harry mit Klamotten. Das brauchen wir immer. Ich würde auch sagen, ich beende jetzt den Blog hier und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.